DNA-Origami sind sehr kleine, selbstassemblierende Strukturen. Die werden nicht mehr als Erbgut gesehen, so wie wir DNA kennen, so dass man sich jede vorstellbare Struktur am Computer designen kann und dann wirklich aus DNA nachbauen kann. Im Bereich der DNA-Origami wurde jetzt seit vielen Jahren probiert, Kristalle zu züchten und das hat noch nicht so hingehauen. Jedoch wissen wir auf der einen Seite eben, wie das grundsätzlich funktionieren sollte und dass im All unter Mikrogravitation Kristallwachstum besonders stark ist. DNA-Origami ermöglicht es, extrem winzige Objekte, kleine Mechanismen und Werkzeuge zu konstruieren auf Längen, Skalen von 10 bis 1000 Nanometern. Das Material, mit dem wir arbeiten, DNA-Origami, war noch nie im All, es hat noch nie die Erde verlassen. Das wäre das erste Mal, dass man die Eigenschaften von einem neuen Material im All testen kann. DNA-Strukturen wie biologisches Material kann man mit den Bäumen vergleichen und unser DNA-Origami ist mit dem Holz. Also es ist kein lebendiges Material mehr, aber wir können außerdem unterschiedliche Strukturen bauen. Und damit hätten wir viele Möglichkeiten im Nano-Elektronik-Bereich oder in der Medizintechnik für Drug-Design oder andere Anwendungsbereiche auf jeden Fall wäre das ein großer Wissensschritt in diesem Forschungsbereich. Und wir träumen natürlich davon, dass man irgendwie mal so etwas wie virenartige Partikel konstruieren kann, die in der Lage sind, krankhafte Zellen oder Bakterien in einem Körper zu erkennen. Die Herausforderung wird sein, möglichst viele Proben in diese kleine Box unterzubringen, damit wir möglichst viele Bedingungen testen können und dass das Ganze auch noch vollautomatisiert abläuft. Und als zusätzliches Feature wollen wir von floristierenden Lösungen Fotos machen, damit wir direkt einen Vergleich haben, wie die DNA-Origamis im All wachsen im Vergleich zu den parallel laufenden Experimenten auf der Erde. Der JORAM ist somit beschäftigt, das ganze Setup in der Box zu machen. Maria und ich kümmern uns um die Kristallisationsexperimente. Für uns als Projekt das Ziel ist natürlich Unterstützung zu bekommen, damit wir uns als Projekt verwirklichen können. Wir können uns sehr glücklich schätzen, schon einige große Unterstützer zu haben. Als erstes natürlich das Airbus Kiwi Team, die an uns geglaubt haben und uns als eines der beiden Gewinnerteams auserkoren haben. Die uns nun mit den ganzen raumfahrtbezogenen Fragen unterstützen, was wir beachten mussten beim Flug. Nach dem Auswand der Einladung zum Pitch Event hat uns dann vor allem wirklich die Presseleiterin selber vom Team Space Origami überzeugt, weil wirklich Maria, Caroline und JORAM ihr Thema so enthusiastisch und so begeistert vorgetragen haben, dass wir sofort überzeugt waren, dass die drei das auf jeden Fall hinkriegen, eine tolle Kampagne zu starten. Jetzt bitten wir um ihre Unterstützung auf spacetarders.com, damit wir unser Experiment ins All schicken können. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020